Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich möchte gerne meine Kombiberatungen vorstellen, nur für 25 Euro. Es sind Videoberatungen in zwei Teilen. Im ersten Teil erkläre ich das astrologisch bezüglich auf die Frage. Im zweiten Teil kommt eine Legung auch bezüglich auf die Frage über Liebe, ob er zurückkommt, ob er die Richtige ist, ob das ein Dualseelenprozess ist, wie geht es weiter. Oder Fragen über Beruf, Berufung. Wo liegt meine Berufung? Wann soll ich mich beruflich verändern? Wo liegen meine Talente und Fähigkeiten? Dann auch Legungen über Finanzen. Was kann ich tun, die Finanzen zu verbessern? Nicht nur Beruf, Finanzen und Liebe, Partnerschaft ist gefragt, sondern auch Fragen über Familie oder Fragen über Gesundheit. All das ist möglich. Ich habe eine große Auswahl von Legensystemen. Ihr könnt gerne das aussuchen. Und das befindet sich unter www.denderasusannamedici.com Und mit diesem Kombiberatung habt ihr auch die Vorteile, weil ich astrologisch auch die richtige Zeitpunkt beschreiben kann. Ich freue mich sehr, wenn ihr Interesse daran habt. Ich freue mich sehr auf euren Anvertrauen und für die Nachfragen. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susanna Medici